Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Royale. Äh, ja, es lädt gerade. Und wir versuchen natürlich wieder besser zu werden, als die anderen. So. Warten auf weitere Spiele, dann geht's los. Hi, hey! Hat schon direkt was gefunden. Mann, da startet der Bus endlich. Habt sich ewig Zeit. Ah, ich geh da oben rein. Ah, gut. So, in welcher Stadt soll ich abspringen? Are you German? Egal. Okay. Ich spring... Hier wird auch jeder rausspringen. Aber ich hab hier in der letzten Folge schon ein bisschen... Es war schon ganz gut, dass ich hier in so einer großen Stadt abgesprungen bin. So. Ach, das... Oh, nein, bitte. Ich will einfach ganz allein. Okay, ja. Ich werd eh nach zwei Sekunden sterben. So. Oh, nein! Ach, man fliegt da oben hin. Nein, nein! Nein! Nein, egal. So, hier, schnell, schnell, schnell. Ich sterb mich schon mal hier. Oh, das kippt mir aber viel. Oh, Mann, bitte. Bitte schießt mich ja ruhig. Oh, ich bin so lang beschäftigt. Ich hab gedacht, das würde... Gut. Oh, gut. Verteidigen. Wo soll ich runter? Ist hier was? Ah, Granate. Geilo. Aber ich verteil mich lieber hier mit. Aua, nein. Wo muss ich runter? Ich brauch so einen Hängegleiter. Ich springe hier auf den Felsversprung. Oh, nein. Ich bin ja auch sehr, sehr unsichtbar. Okay, ich baue mir was. Ah, ich brauch erst mal ein bisschen... Ah, doch. Ich glaube, das reicht, das Holz. Ich baue hier ein Treppe. Nein. So. Nein, nein. So. Hier. Pumpgun. Die sind gut. Ich muss aufpassen. Oh, ich hab gleich Shit, dass da schon gleich jemand kommt. Ich spring so, damit es nicht so einfach ist, mich zu bekommen. Ach, ich nehme einen leichteren Weg. So rein. So rein. So. Trank. Kleiner Schildtrank. Brauche ich aber jetzt erstmal nicht. Oh. Kanäden. War hier jemand? Aufpassen. Ist angesagt. Ach ne, da bin ich gerade hergekommen. Ach, komm, Revolvers. Ach, egal. Ist das besser? Ja. Ja. Hier. Der Revolver brauche ich nicht. So. Ach komm, das ist besser. Ich bin anscheinend noch im Kreis. Boah, ich dachte schon, da wäre jemand. Hä, was? Da ist doch eigentlich immer so ein Pfeil. Oh, oh. Bist du. Oh nein, jetzt kommt schon. Ja! Ich hab ihn. Sehr gut. Boah. So, was kann ich weglegen? Das brauche ich nicht. Ich bin mir lieber das hier. Boah. Na, dort war mein Nahkampf. Ich glaube, hier ist jemand. Wo bist du denn? Ich muss noch ein bisschen durchhalten. Ah, nein. Nein. Toll. Ja, vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht schaffe ich es noch. Trank, 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 trank. Versteck hier. Das ist eigentlich ganz gut. Oh. Ich muss mich unbedingt stärken mit dem Trank. Aber jetzt kriegt ihr Rache. Ihr dachtet wohl schon, ich wäre weg. Oh, oh. Oh, oh. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Den überrasche ich jetzt. Danke. Der überrascht mich eher. Na egal. Ich habe schon mal jemanden bekommen. Oh, jetzt bin ich der Typ hier. Aber hab ich etwas länger durchgehalten. Also. So. So. Gut. Ach, komm. Hoch, 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 hoch. Oh. Es gibt mir, glaube ich, Punkte. Jetzt sind wir ja noch gar nicht hier. Kriegt das Punkte? Gibt es Punkte? Für mein Levelszeug da. Hey, wo wollt ihr alle hin? Ich muss los, ich muss los. In 8 Sekunden startet der Bus. Oh, das geht los. So, wo soll ich jetzt abspringen? Also nicht in der großen Stadt. Ich springe später ab. Ich springe aber auch nicht da beim See. Ich springe noch weiter dahinter. Ja, die sind schon. Jetzt. Ich gehe gleich in ein Haus, wo ich mir dann schon mal alles hole, was ich brauche. Fußballfeld. So. Nein! Ich gehe da hinten rein. Oh, hier ist was sogar. Und direkt rein. Oh, das ist doch perfekt. Direkt so ein Thump Gun. So eine fette. So. Trank. Stärk mich. So, jetzt muss ich mich echt verteidigen. Ich schneide lieber. You're fucking idiot. Hello. Hello. Okay, ich habe mich verraten. Nein. Ach, das ist sowas. Okay, ich gebe mir noch einen Versuch. Aber, ja. Ich mache mir immer drei Versuche, weil ich sie eh gleich danach versuche. Ach, jetzt bin ich erst in Level 6. So. Hier geht es weiter. Oh. Premium oder was soll das sein? Ey, ey. 10 Sekunden startet der Bus. Guckt das eigentlich was, wenn ich hier mit... Ne. Keine Ahnung. Was macht ihr, die Tanzen? So, wo bin ich? Ich springe. Ich springe. Da, glaube ich. Wo ist das? Oh, ne. Komm, ich springe hier. Bin der Erste, hoffentlich. Ich kann leider... Leider geht das automatisch, der Schirm. Das hätte ich ihm viel später angemacht. Muss ich ihn noch rumtuckern. Ich bin nochmal, glaube ich, ziemlich... Ja, ich bin ziemlich in der Mitte. Ist ganz gut. Ach. Metall. So, wo geht's hier lang? Oh. Patronen. Hallo. So. War ich hier nicht schon mal? Holz bringt auch schön was. Oh, ne Kiste. Das ist gut. Oh. Ein Busch. Ich kann... Oh, cool. Ich kann mich mit einem Busch tarnen. Mit einem Busch, Mann. Na. Bitte. Das kann jetzt nicht der Erste sein. Und da stehen auf einmal zwei Leute im Haus. Okay, komm. Das war jetzt aber auch zu kurz nochmal. Ich muss einfach wohin gehen, wo ich niemals hingehen würde. Und da sind dann Menschen doch. Nicht alle. So. Warten. Auf weitere Spieler. Ah, da hinten ist was. Ach, ich geh auch mal bis... Hallo? 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 Aus unserer Bus. Hallo? Hallo? Ich geh gleich direkt herunter. Und hier hin. Hallo, Leute. Ich bin ein Guy. Nicht mehrere. Ein Guy. Hallo, Max. Hallo? Nein? No? Okay, komm. Sorry, noob. Hold you, friss. Fertig. I'm not English. Also, that I speak that. Also, that's war bescheuert. Ah, komm, jetzt geb ich mir einfach so... Oh! Oh, ho, 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 ho. Äh... Oh, mal, okay. Wow! Punkte. Also, let's go. Emilio, du hast gewonnen. Euer, du hast gewonnen. Con Declar oder mit Mando? No, mit Mando, perds. Is there somebody here? German? No señales. Vamos a Ribera. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yeah, she needs it. A me, a me, me han tirado al suelo, le ha disparado a me, y a Emilio, le iba a matar al que me ha matado y le han matado. Odio usar el escopeta compando. No, no, no me dice she needs it. No, yo necesito una corredera, en serio. Se me ha fatal las... Oh, she needs it. Si encuentro una, te la doy. No, es un M4, es un M4 con una pistola. Que no hay nada, de verdad, aquí. Si. Can you please be quiet? Si. Okay. Mira, yo tengo escudo para los tres. A ver, unas balitas. Marcos, tengo una pipa que te gusta. Oh, nein. No puedes. Lo tienes que seguir aquí. Bueno, puedes esconder. Oh. Danke, ich bin jetzt es mit. Ja, ich bin tot. Toll. Hey. Si, así no lo puedes abrir. No, no, no. Ja, danke. Okay. Hab jetzt dreimal hintereinander versaut. Schön. Ah, das war's mit der Folge von Fortabitl. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst du gerne auf den Hofer. Und abonniert. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.